Alle, die genau wie Sie Waren online in solchen Portalen verkaufen, die Kunden nur vermitteln, können das doch im Prinzip genauso gut im eigenen Shop tun. Denn offensichtlich ist für die Waren ja ausreichend Kundschaft da. Wie zuvor bereits erwähnt, sind Makler oder Vermittler wie eBay oder Amazon umso sinnvoller, je teurer die Produkte sind. Das bedeutet nun aber nicht, dass je billiger ihre Produkte sind, ein eigener Shop umso besser funktioniert. Denn in der Regel unterscheiden sich die Zielgruppen im eigenen Shop deutlich von denen in den Portalen. Es kann aber auch hochpreisige Ware im eigenen Shop funktionieren, vorausgesetzt man erzeugt durch geeignete Hilfsmittel das notwendige Vertrauen oder den sogenannten Trust. Das allerdings lässt sich fast nie vor dem eigenen Start des Shops erreichen. Und aus diesem Grund und nur aus diesem Grund ist das vor mir hier gezeigte System für hochpreisige Artikel im hohen vierstelligen Bereich weniger geeignet. Bei allen anderen Produkten gilt, das Produkt ließ sich bereits bei eBay oder Amazon verkaufen. Prima. Es lässt sich auch im eigenen Shop verkaufen. Punkt. Sie haben im Portal nahezu nichts verkauft? Dann tut es mir leid. Es ist ein häufiger Irrglaube, Produkte, die wie Blei im Regal liegen, irgendwie online in irgendeinem Shop noch verkaufen zu können. Genau das Gegenteil ist der Fall. Produkte, die im Alltag, also offline oder in den Portalen, sowie über Affiliates nicht funktionieren, werden im eigenen Shop garantiert auch scheitern. Allerdings, und das ist die extrem gute Nachricht, Produkte, die schon passablen Absatz finden, lassen sich im eigenen Shop genau auf die eigene Zielgruppe optimieren und verkaufen damit meist deutlich besser als direkt in den Portalen.